Aussatzleben Info, Delta 3 9, Abflug bereit. Ja, verstanden. Ja, verstanden. Was hier jetzt thermisch aufkommt. Geht jetzt nicht mehr. Soll ich das noch ein bisschen suchen gleich? Das steigen wollen. Unbeholfen wollen. Dort brennt irgendwas. Ja, brennt was. Was machen wir jetzt mit der Höhe? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Wir fliegen erst mal in Richtung Wind. Bei mir werden ja immer noch die Trudelübrigen offen. Bei mir sind wir in Richtung Wind. Wir fliegen in Richtung Wind. Das ist jetzt direkt über dem Wind. Und fliegen in Südosten ab. In 1300. Ansonsten fängen wir, sehe dich nicht. Du wirst direkt unterhören, sehe dich nicht. Du wirst direkt unterhören, sehe dich nicht. Ja, ein bisschen schneller vielleicht. Ja, ein bisschen schneller vielleicht. Ja, heute mal wenigstens. Im Idealfall, die Geschwindigkeit der beste Breiten. Ja, hier bei 88. Aber da kann man also ruhig mit 100 vorfliegen, ja? Ja. Jetzt flimmst du dir aus. So, jetzt hast du 80 kmh. Guck mal auf, wieviel Meter Freien haben wir? So, hier haben wir so 1,8 oder 1,9. Ja, also knapp 2, ja. So. Jetzt beschleunigst du mal so auf 100 kmh. So, jetzt beschleunigst du mal so auf 100 kmh. So, dann hältst du die 100. Dann hast du auch bloß knapp 2, ja? Ja. Also was ist denn sinnvoller? Mit 80 kmh zu fliegen, bei der Strecke oder lieber mit 100? Lieber mit 100. Warum? Dann ist man schneller da und man sinkt nur ein kleines bisschen mehr. Genau. Ja, das Verhältnis Streckengewinn zum Sinken ist wesentlich günstiger, wenn ich etwas schneller fliege. Ja. Und wenn dann mein Mario anfängt, weniger anzuzeigen, dann kann ich die Fahrt nach außen. Nein, nein. Ansonsten bleibe ich dabei. Nur, es gibt sogar noch ein bisschen mehr Gas, ja? Ja. 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 ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir die 7 Meter erreicht haben, dann richten wir auf und fliegen Richtung Objekt hier, Richtung Winde. Und dann versuchen wir nochmal langsam flug, abrutschen und ruhen. Also wir haben den ersten Prudeln an. Ja, aber erst langsam flug, damit du das mal merkst, wenn du jetzt aufrichtest. Soll ich jetzt langsamer? Ja. Das ist links irgendwo, die Delta 39 nördlich vom Startpunkt. Hier machen wir nochmal zu planen. Delta 39 ist verstanden. Ja. Ja. Gibt's schön, ne? Noch langsamer. Halten, 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 halten. Er will so schon weg. Ja. Das war eigentlich schon das Einleiten vom Prudeln, ne? Wenn du jetzt so hast, jetzt nimmst du die Klippe am Bauch, Seitenruder. Und jetzt wieder rumdrehen. Ja? Ja. Also. Überhorizont, Seitenruderfehler, Knüppel am Bauch. Jetzt kommt er rum. Ja? Ja. 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 So. So. Und langsam hier runternehmen. Klar? Ja. Soll ich das jetzt auch mal probieren? So. Jetzt machen wir halt. Ja. Seitenruder. Kein Querruder rein, ja? Seitenruder gegen. Knüppel nach vorne. So. Rechtsrum. Jetzt wieder weg, ja? Ja. Seitenruder gegen. Ja, wir anfangen ruhig. Jetzt hab ich mir mal gedrückt, ja? Nicht zu hoch steigen lassen. Ja? Okay. Nochmal. Seitenruder gegen. Knüppel nach vorne. Und ab. Ja. Ja. Andere Sache, das Abrutschen selber, ja? Du bist eigentlich relativ langsam. Mit Seiten und Querruder leitst du eine Kurve ein. Bleibst über den Horizont. Und jetzt rutschst du weg, ja? Ja. Das kannst du mit Seiten und Querruder wie ausleiten. Das kannst du mit Seiten und Querruder wie ausleiten. So. Du bist dann relativ langsam. So. Links Kurve einleiten. Richtig mit Seiten und Querruder, ja? Ja. Ja. Wie rutscht weg, ja? Ja. Weil das so mit Seiten und Querruder wie ausgeleitet. So. Die ganz böse Übung ist eigentlich, du leitest jetzt den Rechtsvorkreis ein. Ganz normal. Ja. Ganz normal, ja? Ja. Jetzt lässt es Seiten, wo er rechts drinne steht. Merkst du das? Ja. Ja? Ja. Leiten oder entgegen. Querruder. Ausleiten. Ja? Nehmen wir uns jetzt den Brutschern. Ja. So. Andersrum. Du rutsch rein und jetzt hast du noch Seitenruder drinne. Ja. Maxi, wenn du immer schneller wirst. Ja. So. Seiten und Querruder entgegen. So. Selber nochmal. Ja. 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 Die Nase ist deutlich unter dem Hohenzoll. Ja. Ja. Seitenruder und Querruder entgegen. Cool. Ja. Wee supervisiert. Ja. Wir hauen ab. Wir haben abgehört jetzt. Ja. 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 Ich seh mal wie de laustreich. Nicht voll. Nicht voll. Nicht voll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Darwitzel 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 Jetzt kommen wir wieder her Die Das ist Das ist das ist Das ist Oh, das ist ein Achtung! Oh, das ist ein Achtung! Ja, das ist die ideale Position, die es eigentlich zum Kreisen gibt, um aufzufassen, von selbst. Ja, das ist die ideale Position, die es eigentlich zum Kreisen gibt, um aufzufassen. Soll ich langsam mal wieder in die Platze runde? Ja. Okay. Soll ich auch in der Platze kommen? Ja. 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 Schwimmbad Das sieht nicht mehr aus wie ein Schwimmbad Aber das ist auch was für Schwimmbads Soll ich auch nicht die Klappe? Ja, das ist ein bisschen Wenn der jetzt Kumpi gewesen wäre, einfach im Tee gelandet Dann bleiben wir jetzt dahinter Gucken wo er ausrollt Wir müssen jetzt wirklich ganz raus Schummeln Und Das war schön Das war schön